Und ähm, hier der, der singeliert von, die, die, die heißt ja immer, Andreas, der kann in die Hüfte, der kann in die Hüfte. Und dann haben sie mich, dann haben sie mich bei Grill den Profi. Kann auch nicht kochen, was soll ich denn kochen? Hallo? Soll ich den armen Kalli irgendwelche Spiegeleier hinlegen oder was? Natürlich, ich bin ja nicht an, nee, nee, natürlich nicht an. Okay, Leute, heute Abend sind ein paar sehr, sehr, ja, wertvolle Menschen hier. Sie sind alle wertvoll, aber ihr wisst, jeder hat so seinen kleinen, seinen kleinen Kreis von Lieblingsmenschen. Und das nächste Stück möchte ich Marleen, Tati und Cisca widmen. Here we go, here's Evoila! Evoila, Evoila, Evoila! Evoila, 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 Evoila! Evoila, Evoila! Evoila, 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 Evoila! Musik 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 Musik